Soll ich jetzt auf die Musik achten oder soll ich auf den Körper achten? Ja, so liebt es Opa. Die Katja, die Katja. Du, dein roten Pans. Millionär. Hey. Ui. Mach die Flasche auf mit den Zähnen. Und ne Katze, ist die hässlich. Oh, pfui Deibel. Na dann Prost. Ja, dat ist so ne Nacktkatze. Beides Nacktkatzen, denk ich. Noch ein Kätzchen? Die hat ja mal komische Rundungen. Die Katja, die Katja, die Katja. Roten, was hat sie? Weil geht's ja rund. Au, 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 au. Prall und prall ist sie ja, wa? Also das ist der Hintern, die Hose ist komisch. Ach aje, die Katja. Auf dich haben wir schon mal reagiert, ja. Aber hat was zu zeigen, ja. So, so, und der isst dazu eine Banane nach der anderen. Das ist der Witz hier auf der Banane. Jawoll. Soll ich jetzt auf die Musik achten oder soll ich auf den Körper achten? Das ist mir fast zu viel, was die Frau hat. Ai, 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 ai. Ich weiß ja, was du willst, ja klar. Ja, so liebt es Opa. Wie Karneval. Nee. Das Blaue steht dir nicht so gut. Ich hab die Bild nur für dich, mach doch, willst du das Video zu abonnieren? Ich hab einen roten Ben, ein Gummiband. Boah, na das ist ja hier, das haut einen ja um. Der hat ja die gleiche Farbe wie das Auto. Wie so diese, diese Lack, Lackleder oder ich glaub das ist Gummiewäsche. Gummiewäsche? Latex. Schwitzt man ja wahrscheinlich so unter Latex. Opa ist zu alt für Latex. Bestimmte Leute, so, die hat auch ihr Publikum, die Grasnavitscher. Der dicke Busen und Latex, es soll ja auch für alle was geben. Jetzt geht's weiter. Ja, alles. Süßes Gesicht hat sie. Das Auto heißt Katja, na schön, ja. Das war ein teures Auto. Schöne Autos, ja. Ne Villa in Berlin? So viel brauchst du, nicht so viel Villen. Hast du noch nicht von den Wohnungsproblemen gehört? Ne, eine Villa, ne Wohnung reicht. Ja, Millionär, so einfach ist das nicht. Was hat sie denn da? Cremetörtchen? Ach, da war ja ne Busentorte. Aha, gleich ist sie da. Nein, 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 nicht so mit dem Springmesser. Was ist denn? Au, oh Gott. Das tut doch weh. Ganz schöne Krallen, du kleines Kätzchen. Das sieht aber schick, was sie jetzt anhat, wenn sie so sitzt. Ja, Choreografie ist nicht schlecht, also finde ich. Finde ich gut, ja, also. Ah ja, kann man ein bisschen so. Schon gern kann man dabei. Ja, jetzt kommt wieder das bunte Schön. Was hat sie denn da? Ne, das hat man nicht. Ein Pussy hat sie da, glaube ich, eintätowiert. Ja, Song als Musik, also ist etwas ganz Leites, ja. Das heißt, etwas, was man sehr schnell auch nachsingen könnte, ja. Manchmal denkt man, das sollte so ein bisschen pornografisch sein, nicht? Da war Pussy und hier hat sie ja auch so Sachen immer gesungen, ja. Aber was hat sie immer gesungen? Das rote, rote, was war das? Einen roten Benz, ein Mercedes. Ach so, ach Benz war das, siehste, das habe ich nicht verstanden. Eben eine kleine sexy Hexi. Kleine sexy Hexi, das ist mein Eindruck. Aber die will mir ein bisschen zu viel. Wir müssen nicht alles vom Leben haben. Auto, Villa und dann noch eine Villa. Und was wollen die Leute denn? Glücklich sein ist wichtig. Und das Glück findet man immer in sich selber. Und dann roten Benz, Millionär, Opa wird auch Millionär. Opa, willst du mal ein bisschen so ein Bass drin bringen? Ansonsten wisst ihr ja, Abo, Dörmchen, Glocke. Hier wird eine coole Socke.